Musik 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 Die Idee war, dass wir ein Baukompetenzcenter bauen, wo der Kunde möglichst kurze Wege hat und alles aus einer Hand bekommt. Musik Musik Wir haben hier grosszügige Räume, schöne, grosse Glasfronten, wo wir unsere wunderschönen Lampen präsentieren können. Zusätzlich können wir diese Energie nutzen von den verschiedenen Firmen, die hier drin beheimatet sind. Musik 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 Ich kann die Ausstellung nach meinem Geschmack einrichten, so wie mir das gefällt. Musik 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 Wir sind in der ganzen Schweiz tätig, darum haben wir den zentralen Standort gesucht und auch gefunden. Wir sind auch in das Baukompetenzzenter eingezogen, um Synergie zu nutzen, um die Sachen mit den Kunden anzuschauen und auch Detail zu besprechen. Damit der Kunde optimal beraten ist bei uns und sieht, was er schlussendlich bekommt. Musik 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 Es war Liebe auf einen ersten Blick. Das wunderbare Gebäude bietet uns einen idealen Rahmen, um kreativ zu arbeiten. Musik 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 Wir haben hier genug Platz für unser Top-Spritzwerk. Musik Musik Es waren drei Punkte. Das eine ist, wir konnten Kleidbügelproduktion übernehmen. Das zweite, wir konnten unmittelbar bei uns Räumlichkeiten vermieten. Und das dritte ist die Synergienutzung mit den Leuten, die im Mietobjekt sind. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020